Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Splatoon Online Rangkampf und diesmal Operation Goldfisch am Start. Hoffentlich wird das gut gelingen für mein Team, weil ich habe lieber auf Schnelle Respawn geschafft und ich bearbeite diese mit Echlu-Karte. Ich weiß immer, man geht das Event in Goldfisch, weil ich nicht öffne und dann loswaschen möchte. Das wird schon ein bisschen schwierig. Ich muss jetzt mal selbst noch mal ein bisschen einstellen. Mist, ich habe ja Echlu-Karte eingestellt. Ich weiß nicht gut, wo ich jetzt agieren sollte. Ich stelle einfach zu viel in der ganzen Haft, verdammt. Keine Ahnung. Wer ist der Echlu-Karte? Okay, die sind alle da unten. Schlecker, schnell weg. Jawohl. Umschuldig, das muss ein paar Wacken. Nein, der war hinter mir. Och komm. Was ist das für ein Team? Nicht mal auf den Südkopf dran. Ist ja so knapp. Besser versuchen so. Als ob. Für die Sandrick von mir in der Nase. Komm schon. Tänz-Attack. Wassergolf, ich nehme ihn. Gaff ihn an. Bin jetzt doppeltot. Glaub ich ein Sniper. Was? Er hat doch nicht mal ein bisschen, oder nicht? Hast du einen Teufel? Geht's denn hier wieder ab? So, komm schon. Nur einer ist am Leben. Nur einer ist am Leben. Wo ist einer? Da! Natürlich, der killt mich. Och komm schon. Komm schon, Octoclixer. Komm schon. Aktiviert den. Goldfisch. Karriere. Jawoll. Aktiviert. So. Wo ist euch jetzt hingehen? Ich brauch Hilfe. Da hin. Nein! Och komm schon. Dieser Titane. Aber die Gegner ist ja wirklich eine Hauptsicht. Die Titane ist unterwegs. Komm schon. Mach Mess. Die Bomber hat nicht mitgenommen. Ach komm schon. Traut euch bitte. Ich hab jetzt viel zu. Viel zu. Ja. Ich hab viel zu. Viel zu. Ausgesteckt. Messe offensiver gehen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich hab echt Lokale voll machen. 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 Hilfe für die Gegner. Für unsere. Für unsere. Für unsere Mannschaft. Komm schon. Es sind alle markiert. Aber mitgenommen. Zwei mitgenommen. Komm schon. Als ob. Dieser Blaster. Och komm. Komm schon. Dann schwingt weg. Keine Güte. Ist er deutlich. Wow. Nein. Bilden wir von seinen Kameraden über. Komm schon. Traut euch bitte. Nimm den. Nimm den. Nimm den. Nimm den. komm schon, der Goldfisch ist da der steht doch noch der steht doch, der steht, Goldfisch ich hab dich doch geht doch ach komm, ich bin noch nicht aktiviert das kann doch nicht, das ist meine ach komm ich hab mich markiert da hat er da einfach Arquete gezündet komm schon ich hatte ihn doch den Goldfisch das waren doch drei Hits gehört wir waren die Biete geteilt komm schon wir haben den Goldfisch endlich hallo hallo, meine Güte Gott was ist das denn? was hat der Anathent Attack da so gemacht? komm schon kann doch nichts sein komm schon nein hierhin, komm schon jetzt selber, wer ist der wichtig? also da steht einer gibt's auch nicht ich bin eine Sackgasse komm schon wo ist mein Team? wieso sind die alle woanders? ne so ein schlechtes Team man nicht sehr kooperativ war das das war nicht so kooperativ wie ich dachte ja 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 wenn man so ein bisschen kills machen möchte passiert das halt nicht komm schon ich bin ich wenigstens jetzt noch drei Siege damit ich ja nächstes auch punkten positiv bin Oh, eine Abreitung, Goldfisch. So muss es sich doch kommen, wenn meine Kameraden wenigstens mal vernünftig beschützen oder wenigstens richtig angreifen. Nicht woanders herum kämpfen. Manchmal fühlt sich so an, dass man praktisch so sagen kann, zwei Gegner, Team Gegner halten drei auf, während die anderen zwei mich versuchen, wenn ich Goldfisch habe, zu angreifen. So fühlt sich manchmal Abreitung, Goldfisch, mich an. Oh, da ist halt schon einer 2018. Sind wir etwa ein Jahr voraus? Wer weiß. So. Weiter geht's hier drin. Hier ist aber der Schorn-Siedlung. Nein, bitte. Das wäre eben eine ganz bescheuerte Mannschaft. Nichts habe ich das jetzt in Gang. Der war ja gut. Aus dem Gegnerteam hat er ja auch. Extra schnelle Rescord, damit ich immer schnell wieder auf den Goldfisch kommen kann. Ich habe schon hier ein bisschen weiterentfärben, damit ich dann schnell hier gerade ausrufen kann. Ja. Ich habe jetzt ein paar Notfallwege angreifen, lieber. Man weiß ja lieber, mein Team ist am Anfang. Mein Sehhaftig gehört, Debs. Nein, der Sniper wollte ich nicht runter. So, komm schon. Komm schon. Es steht nur eine da. Als ob der hat mich berührt. Was war das denn? Ach komm. Komm schon schnell. Das war der geilste Gedankenlesen der Welt. Was? 42 zumindest. Den Zähler. Wo ist der Goldfisch? Hat er unter Oben schärfen? Ich habe auch 6 Wombard mitgenommen. Nein. War ich eine Falle. Yo. Da war ich meiner Falle. Oh schon. Der Garten muss überleben. Ich habe ihn eh versteckt und ich bin übersprungen. Du hast ja schon ein guter Zähl gemacht. Ach komm. Dieser Sniper. Ah, was bin ich aufgehalten? Cool. Wer zu den Hüterrand wäre? Springen. Dieser 2018. Nope. Ich hab dich doch. Wollt ich grad sagen. Ach, wenn ich's doch doppelt tot. Halt wieder einen noch gesprungen dazwischen kam. Oh, wieder nur einer. Soll ich da richtig fangen kann. Und er denkt Goldfisch, oder? Ah. Nee, du kaufst den nicht von hinten an. Goldfisch. Mist. Er ist Alexander. So. Das ist fast knapp. Hätte weiterwerfen sollen. Komm schon. Der Goldfisch da oben. 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 Genau. Ich muss noch aufpassen. Da. Ich kann ja noch ein Glück hat aktivieren. Damit der einer gern wenigstens auch weiß, dass er weiß. So. Da schon der einer. Da steht der Snipe. Da stand der Snipe. Da stand der Snipe. Ach, Mist. Da stand der Klox zurückkommen. Jawohl. Hydrant. Natürlich Hydrant. Oh Gott. Ich muss noch mal die Fokin-Daden-Schi da hinten. Nein. So nicht. Goldfisch. Ich muss noch mal die Fokin-Daden gehen. Hier. Ich muss noch einmal hier. Ich muss noch mal die Fokin-Daden gehen. Und jetzt hier hin. Ich muss noch mal die Fokin-Daden gehen. jetzt so hin Mist ist gut so so lange der Zähler die Gegner nicht erhöhen schon okay also er ist schon offen so boah da war gerade ein Dittitan am greifen Mist hab schon recht mich hol dir recht natürlich ist eh ist er oben ah der ist da oben hat sein Schutzschild zumindest und ich verspringe dass er auch fies von ihm so boah schön den Snape aus kriegst du bitte den Randin erwischt wow alter nein oh Gott fast ein Chaosieger aber schicksal wollte doch nicht so dann haben wir das war's dann wohl für diese Runde pfiu hoffentlich schaffe ich hier noch ein GO-Siegen über irgendeine Mannschaft mit dem ich zusammenarbeite wer weiß so hm 11-11 da war wohl jemand betrunken unterwegs ja ja am meisten Kills und meisten Kills und meisten Desaster seiner Mannschaft und das ist neutral so 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 ein bisschen Splatoon Musik ich glaube ich nehme an der Zweck Nummer 22 Ah, ah, ah! Oder welches? Gibt's noch? Ja, ich weiß nicht, welche Musik ich spielen möchte. Ach, das da mache ich. You, you and me, the world, the rockin' in the house, the bell, the bell, the song. Wir sind einfach ein bisschen mitlauschen auf Englisch. Was auf Englisch gespielt eigentlich? Ich hab's doch eigentlich gut, eigentlich schön Lyriks. Ich hab's Lust mal darauf zu singen, wenn ich mal die Lust dazu habe. Los geht's! Und hoffentlich, dass wir auch kein DC kriegen. Darauf habe ich nicht am wenigsten Bock bei Egal welchem Modus. Okay, der Sniper muss ein bisschen helfen hier, damit der Sniper-Sport auch hat. So. 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 Okay. So. 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 Wuhn, 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 wuhn. Jetzt. Und gewonnen. Gut abgewartet. So fies kann auch Goldfish sein. Das war ein schneller Sieg. Und ich hab 0-0. So, mach mal 0-0 bei Goldfish. Null Beteiligung. Aber ich hab das Ziel vollendet. Ich bin wirklich schnell, ne, auf das Zielkonzept. Nein. Stimmt. Ja. Es ist ja Map-Mexel. Ach, verdammt. Champion ist schon gleich. Ich schon 20 Uhr. Ach. Ähm. Wie mach ich das jetzt? Ich glaube, ich beendere diesen Part jetzt schon. Ach. Ich bin jetzt auch ein bisschen erschöpft. Fällt mir auch grad auf, by the way. Hehehe. Dann würd ich sagen, falls ihr euch Spaß gehabt habt, bei diesem Part, dann lasst ein guteres Manns da. Euer End-Zelda-Nine. Tschüss Gamer. Ciao, ihr Squiddos. Bleibt spritzig.